Fantastisches Tor! Das ist ein echter Leckerbissen für alle Fußballfreunde! Fantastisch! Und jetzt ziehen sie davon und tschüss! Mein lieber Schwan, was sieht er da für ein Ding aus dem Schuh? Normalerweise läuft das hier unter Ferndistanz, aber nicht für einen Spieler mit seiner Schusstechnik. Unglaublich! Das ist eine eine Ein meses passé für einenjalank vomigen Schuh wider understand. Wir sehen uns bestimmt. Schuh, wie? So ich dote, mal знаем! !?